Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, hier, wo wir vor, ja ich sag mal, zwei sehr interessanten Gratons stehen geblieben sind, die nicht durch irgendwelche Explosionen, die uns irgendwie über den Kopf gewachsen sind, entstanden sind oder so. Nein, die Krater sind auf ganz natürliche Art und Weise hier, haben die sich in das Landschaftsgebilde sozusagen eingefügt. Und ja, wir sind jetzt hier quasi nur die, die das Ganze betrachten und bestaunen dürfen. Auf jeden Fall waren wir hier stehen geblieben und ja, wie schon gesagt, Krater, doof. Passiert. Was will man machen? Wir hatten auf jeden Fall beim letzten Mal ein wenig Lucky Blocks wieder geöffnet. Eigentlich sollten die ja recht lucky sein, der eine war es ja auch. Also wir haben hier Plünderung, Schutz, 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 Dornen, also Schärfe, 5 sogar, wow. Also eigentlich recht gute Verzauberungen rausbekommen und Explosionen. Na gut, das passiert halt, soll halt vorkommen. Hm, ups. Hoppala. Okay, ich würde sagen, wir bringen erst mal diese ganzen wunderschönen Verzauberungen hier in unsere Schmiede, wo die ganzen Bücher sind. Warum haben wir eigentlich Bücher in der Schmiede? Das ist eine gute Frage, aber in Minecraft ist das halt so. Wir könnten mal gucken, dass wir vielleicht, keine Ahnung, naja, das machen wir später. Äh, wir können mal gucken, dass wir vielleicht die ganzen Bücher in die Bücherei bringen, aber unsere Bücherei ist ja unter der Erde, die ist wieder zu weit weg hierfür. Äh, ich weiß nicht, das ist nicht so das Wahre. Hier blinkt es noch fröhlich vor sich hin. Also das Biegen, das funktioniert auf jeden Fall. Macht sein Ding, außer wenn es aus ist. So, aber das ist einfach nur eine Frage der Sichtweise. Ja, so wie man die Dinge gerade sieht. So, na Willi, alles cool bei dir? Ja, also wieder kopflos wie immer. Äh, wo tue ich denn die Dinger jetzt hin? Hatten wir ja schon mal Plünderung. Ja, hier haben wir schon mal Plünderung. Dann tue ich das dazu. Das ist Schärfe. Das ist ja ausgezeichnet, dann kann ich die Schärfe nämlich zur Schärfe tun. Dann ist sie besonders scharf. Äh, Federfall hatten wir, hatten wir, hatten wir, hatten... Oh, hier ist ja noch eine Schaufel, die wir noch bauen wollen. Huch, hab ich ja ganz vergessen. Naja, passiert. Wie so oft. Schutz, Schutz, hatten wir Schutz? Ja, wir haben Schutz hier sogar ein bisschen mehr als nur ein bisschen. Schutz, Schutz, Schutz. Dann kommen da wahrscheinlich nochmal Dornen dazu. Dann kommen nochmal Schutz dazu. Und Federfall schmeißen wir einfach an die Ecke. Und dann hat sich die Sache, bumm, klatsch, klarada, batsch. Haben wir ein freies Inventar, so schön ist das. Hallo Willi. So. Und... Ja, was machen wir in der Folge? Ich wollte gerade sagen, was macht denn hier schon wieder BIM? Es interessiert mich immer sehr interessant, wenn das da drüben BIM macht. Ja, aber ich lasse mich immer gerne überraschen von sowas. Ja, neue Geschenke gibt es nicht. Frohe Weihnachten ist vorbei. Die Kiste könnte man da eigentlich auch mal wegräumen. Bei Gelegenheit. Ähm. Was ich gerne machen würde, ist so ein Rüstungsständer. Einfach... Ja doch, komm, den bauen wir jetzt einfach mal. Wären... Äh. Haben wir noch solche halben Dinger? Nee, haben wir nicht. Keine? Keine einzige mehr? Echt nicht? Okay. Äh. Brauchen wir die überhaupt? Ich weiß gar nicht, wie das war. Na, ich glaube, wir nehmen das einfacher, als das soll das tun. Denn wir brauchen Stöcker. Nee, nur mit so. Genau. Äh. War das jetzt so hier? Oder... Nee, wie war denn das? So? Nee. So? Nee, wie... Hä? War das dann so hier? Nee, hä? Jetzt bin ich total durcheinander. Verflixt, wie war denn das? Was war das mit den Dingern? War das dann so? Kann das sein? Ah. Okay. So baut man Rüstungsständer. Das wollte ich nämlich eigentlich gemacht haben. Zack, zack, zack. So, zwei Rüstungsständer bitte. Danke. So. Und... Weißt du, jetzt passt das ja natürlich nicht. Äh? Ist halt... Äh? Okay. Pass auf, wir bauen kurz an die Dinger. Und schmeißen sie hier mit rein. So, Problem gelöst. Passt alles in die Kiste rein. Äh... Rundidididididin. Denn... Ich möchte gerne, äh... Den Kopf, den wir hier haben, effektiv unterbringen. Hm. Wir haben ja nicht umsonsten ein Museum gebaut. Älalalalalalamm. Ich brauche eine davon. Ich brauche eine davon. Und... Schuhe haben wir nicht hier. Wir haben keine Kettenschuhe hier eingelagert. Oh, jetzt bin ich aber enttäuscht. Na gut. Dann holen wir halt welche. Brumdudum. Auch okay. Muss ja nicht alles verzaubert sein. Aber, ne? Einfach nur, weil wir es können. Werden wir das Ganze mal aufstellen. Ich meine, wir können den Kopf auch aufsetzen. Aber, das bringt halt nix. Weil, äh... Bis auf die Tatsache, dass der größer ist. Ist der auch nicht viel besser. Hm. Ne. Wir können doch verzaubern... Ah, ich will ihn nicht verzaubern. Ich meine, wir haben so selten einen Kopf. Ah. Geil. hallo liebe monster keine da ok akzeptiere ich ja dann wurde mit den bögen was vorgeschlagen aber nicht nur die bögen es wird ja so viel vorgeschlagen was machen wir denn da wir müssen mal gucken wie wir das genau nun machen kettenstiefel ich würde ja gerne zusammenpappen aber das hat irgendwie nicht so den effekt jetzt gucke ich erstmal dass wir keinen kein nimmer monster kein kleiner zombie aus büxt gut die immer schöne erfahrung das ist gut die kann man gut gebrauchen dankeschön da war entschuldigung entschuldigen sie entschuldigen sie was sterben sie hier einfach und irgendwas lustiges getroppt an lederhosen an die war schon beim letzten mal einmal hier drumherum einmal allen ins gesicht hauen so und wieder auf die andere seite ist hier noch einer ok eine lederjacke gibt es auch noch obendrein das ist ja schön und eine lederkappe die kann ich aber auch gerade nicht gebrauchen jetzt haben wir schon fast ein gesamtes leder outfit zusammen nur von dem bisschen was hier runtergeplumst kam also da steht auch einer um die ecke zack zack weg mit ihr skelett hallo spinnchen ein belieferer ist beider so du kommst mal weg stehen ja zwei skelette ineinander ja ich will jetzt eigentlich hier keine viecher umhauen ich wollte ich wollte doch nur ich wollte doch nur was holen so du wirst umgehauen du wirst umgehauen hau ich dich doch auch natürlich wanderst du jetzt in die ecke du willst mit doch flachsen man guck mal noch eine lederkappe bau sogar keine schlechten also die verzauberung sind eigentlich voll gut naja gut ist dann halt doppelt gehauen so komm her jetzt haben wir schon wieder ein level zusammen und noch ein rüstungsteil und bogen wow ja sterbt mal ihr creepers ja gut lassen wir es erstmal dabei reicht ja auch ich habe eigentlich nehme ich was ganz anderes vor meine güte ich komme einfach nicht dazu so ok dann hüpfen wir mal in richtung museum wo ja schon so viel drin steht nicht aha ich verstehe das ist voll witzig weil es ja eigentlich nicht so der erste der den witz bringt die nicht witz wahnsinn ok ja aber wir haben ja das museum gebaut dieses wunderschönen riesige gebäude wo einfach mal nichts drin ist dieses elförmig hier schön ausgeleuchtet ist es mit lustigen kronleuchtern 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 heißen die kronleuchter ich denke die heißen kronleuchter und schöne wandverzierung aber hier ist einfach nichts drin und das wollen wir doch jetzt mal einfach ändern indem wir ich würde sagen hier das ist eigentlich ein ganz guter platz hier was hinbauen ja so und zwar gegen die wand gegen die wand gegen die wand ja gegen die wand ist ok so das ist es stört ja keinen wenn wenn da wenn die füße ein bisschen kaputt sind da guckt keiner hin zack so eine coole kettenrüstung aufgestellt und kopf drauf guck mal dass wir auch cool sie fast so aus wie ich und stehe mal daneben er hatte den selben doofen gesichtsausdruck versagt man dazu und ist ein bisschen größer als ich stehe ich größer ist ja frech naja gut ich stehe doch auf dem sockel frechheit so außer ich gucke so ja ja dann ist dann ist es wieder ok aber wenn ich gerade gucken ist ja auch egal gut wir haben zumindest schon mal was aufgestellt in unserem museum hey 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 würde ich sagen leuchtet das noch ein bisschen aus können wir da wie so ein wie so ein kreis drumrum machen sieht das lustig aus oder sieht das ulkig aus sieht ulkig aus oder wie so eine sonne pass mal auf wenn ich jetzt hier das so das sieht voll doof aus nee das lassen wir mal weg so die fackeln nehme ich auch trotzdem wieder mit und das lasse ich auch weg so 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 das ist schon ok so dann es ist einerseits ausgeleuchtet andererseits hat man da gleich was schön stehen schön gut zumindest etwas für unser museum dann kann man schon mal sagen hier guck mal wir haben auf jeden fall schon mal was und es wird dunkel das bedeutet oh gott die monster sparen schon nimm dies und das und jetzt lass mich weg oh nein die monster sind schon gespawnt Hilfe schnell die Tür zu bevor die Enten reinkommen nein Tür zu oh 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 die NPCs sind auch alle ganz wuschig ich geh mal schlafen da geht es nämlich schon los boah scheiß zombies nein jetzt müssen wir erstmal gucken wo wird denn hier geprügelt hä wo denn da ach shit da sind schon die ersten kaputt du bist eben doofer villager gewesen also von daher ach man jetzt müssen wir erstmal gucken dass hier nicht noch mehr sind ja die hier von der zombie plage befallen unsere armen kleinen villager erstmal alle retten hier im neuen häuschen wenn sie reingucken alles cool in den türenhäuschen ist auch alles cool die sind anscheinend weit genug weg gewesen oh hallo wer bist du denn nein nein hey kleiner kleiner kack zum hier machst freche sachen das hier frech hat er einfach den villager verfolgt und da hinten steht noch eine olle hexe rum ne genau ne olle kack hexe na warte dich kriege ich du olle kack hexe guck mal hier ja ja ach ja bam 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 und da bist du platt da guckste oh drei flaschen drei flaschen das ist super wow brauchen wir gar nicht selber herstellen wir kriegen einfach flaschen finde ich super so muss das ist ja gut hier sind potzen what entschuldigung wo haben sie denn diese tolle rüstung her ist das auch ne das da war die hier mit dem zombie drin ey ist ja der shit ne sind jetzt ein paar dorfbewohner tatsächlich irgendwie flöten gegangen aus irgendwelchen mysteriösen gründen die keiner erklären kann also ich habe ja auch selber keine ahnung ähm ja aber vielleicht nicht das schlauste da hier in der nacht gut ich habe es auch nicht gemerkt weil wir wir brauchen fenster in dem museum habe ich so das gefühl äh ja gut das war jetzt tatsächlich nicht so doll aber gut äh hier ist alles ok hier ist alles ok gut wenigstens was äh du 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 wie sieht es hier im keller aus wir gucken mal im weinkeller ja die war hier auch das ist ja interessant der weinkeller sieht soweit auch ganz gut aus ok gut gut dann äh geht es denen soweit gut die können sich ja noch ein bisschen vermehren seid glücklich ich handel jetzt nicht mit euch weil keine ahnung ich hab nichts und das hier ist mir auch noch so ein kleiner dorn im auge dieses diese kathedrale die wir hier mal angefangen hatten die noch nie fertig geworden ist die müsste auch mal ein bisschen anders aussehen irgendwann also ach ich weiß nicht die gefällt mir noch nicht so ganz also ne könnte ein bisschen pompöser werden ein bisschen ich wollte ja sowieso mal umbauen bei gelegenheit ja gut dann müssen wir mal gucken das machen wir auf jeden fall auch noch das wird garantiert auch noch kommen wie so vieles und äh was mache ich jetzt jetzt äh wollte ich ja noch einen luckyblock öffnen aber wir haben keine mehr das bedeutet ich müsste mir noch einen herstellen uuuuuh joi 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 ich hätte jetzt echt bock einfach einen luckyblock zu öffnen einfach mal gucken was so drin ist so ein kleines mein kleines schmankel für die folge einfach mal ne bauen reingucken cool was auch vorgeschlagen wurde dass wir mit äh den werfern weil leider leider werden die luckyblocks ja aus den äh spendern gebaut oder ne wie hießen die dinger wie sind die spender äh das 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 so äh wir gucken mal du 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 die heißen wie auch immer die heißen die heißen mike tyson ne äh aus dem filter einer und so muss es spender sind das genau aus spendern werden die leider gebaut und nicht aus werfern das ist ähm nun sagen wir ihr unglücklich äh da wir eigentlich dir also da da ich vor allen Dingen die hoffnung hatte dass wir die luckyblocks aus äh lemms dings dings rissens bauende sprechen was ist das äh kann ich nicht genau äh aber wir brauchen halt einen spender dafür hm na gut luckyblocks hier immer noch als geschenk verpackt weil es weil schenken spaß macht keine ahnung so und wir nehmen es mal um den noch ein bisschen bisschen luckier zu machen so richtig schön lucky lucky so einfach weil wir es können so das sind 88 96 genau und dann noch 1 2 dazu und dann ist er auf 99 gut 3 das ist aber auch 99 hä achso ja weil ihr nur einen nimmt ne dussel ok so ein hundertprozentiger luckyblock hundertprozentig gut schön das würde ich sagen können wir zu unserem vorteil nutzen ähm ja genau und werden wir jetzt auch tun indem wir den einfach öffnen jetzt nicht hier wieder auf den feldern der gerechtigkeit natürlich jup 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 au ja die felder der gerechtigkeit sind eine etage tiefer wie man hier gerade schon feststellen konnte ah bitte lass nicht wieder irgendeine explosion drin sein oder irgendwas das sind 100 prozent luckyblocks da muss doch was gutes drin sein meine güte kann doch nicht sein dass die so ihr wisst was ich meine so bin ich mal gespannt dann vielleicht reißen wir jetzt noch einen dritten krater hier rein dann können wir einen großen krater dann da aus der ganzen geschichte machen so habe ich so das gefühlt zumindest so kurz was gemampft man weiß ja nie kann man ja gebrauchen und luckyblock sei glücklich oh ha hallo goldene oh 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 noch richtig gute goldene äpfel schön das hat sich gelohnt überlegt mal wie viel gold wir investiert haben oder hätten hätten wir oh nice das ist richtig nice ja also das ist was da sage ich mal nicht nein da sage ich im gegenteil da sage ich ja bitte sehr dankeschön so wir können jetzt noch ein paar gemälde in unserer blockhütte aufbauen aufhängen auf einfach machen so hier passt zum beispiel die 555 nase schön hin aber warte mal das ist eigentlich doof äh passt überhaupt irgendwo ein gemälde hin wir können die fackeln abmachen und hier gemälde hin hängen wenn wir schon keine fenster sind so und wo kommen dann die fackeln hin keine ahnung hier oben in die ecke so irgendwie müsste man dann auf der seite vielleicht auch machen ja das dann aber auch ja ich weiß nicht da könnte hier noch ein gemälde hin passen hier und da gucke mal schön oder naja naja ich bin auch gewillt hier eins abzubauen ja natürlich ist natürlich ist das das ach komm warum auch nicht warum warum auch nicht ganz ehrlich mich wundert auch gar nichts mehr hier das ist genau der teil den ich abbaue natürlich der ist wo das ganze holzlupe drin ist nö 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 das 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 nö ich bin minecraft ja komm wir nehmen jetzt hier den dreck noch benutzen den auch gleich na ihr Dorfbewohner alles cool bei euch finde ich klasse dass ihr das auch so seht so ja und ich würde sagen wir machen mal hier ein bisschen zumindest im ansatz die gruben dicht ich meine wir haben ja genug dreck um das ein bisschen anzugehen das projekt unsere grube soll schöner werden oder so keine ahnung wie wir das jetzt nennen tschak 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 außerdem kann ich mich dann vor der kathedrale drücken he he aber da kam ja schon ein paar gute ideen die ich denke ich mal so auch umsetzen werde danke dafür nochmal und äh ja mal gucken ich muss bloß wirklich erstmal das konzept auch im kopf ausmalen und dann vor allen Dingen die lust haben an so einem großen projekt da zu sitzen also da werden wir schon mehrere folgen dran sitzen das weiß ich jetzt schon aber dafür wird es auch am ende gut aussehen also ich meine so wie alles was wir hier irgendwie gemacht haben na gut sieht nicht alles gut aus aber wie ja wohl gut es sieht gut aus äh ja sagen wir es so das muss jetzt nicht gut das muss jetzt fertig werden so nach dem motto äh und so sieht manches dann halt auch aus aber das geht schon klar zack 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 so machen wir hier ne guck mal so kann man auch Ebenen bauen indem man einfach alles sprengt und dann so ne so ne Schicht Dreck drüber zieht ne das ist doch was so zack 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 schön viel Dreck drüber erstmal ein bisschen Dreck würde die Sache wachsen lassen oder in dem Fall halt Gras so wie es gedacht ist vom Erfinder her wir lassen einfach Gras über die Sache wachsen dass hier überhaupt irgendwas explodiert ist so bester Plan ever wird sowieso keiner merken oh da ist uns der Dreck ausgegangen ist ja interessant schon kein Dreck mehr Mensch haben wir hier noch Dreck wir haben überhaupt keinen Dreck wir haben keinen Dreck mehr so ein Dreck na gut äh und ich will kurz den Speedbuff wusch kann man nicht schaffen ne so viele so viele Beacons haben wir jetzt leider nicht hier ist jetzt aber auch nicht so wild ne wir kriegen das ja trotzdem hin duink 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 und äh vielleicht geh ich auch lieber hier erstmal schlafen einfach weil es schon so dunkel ist ja ich denke wir das machen wir so zack zack hallo Hundis alles cool bei euch yo oh hier ist ja alles voll mit Hunden alle Hunde und wenn du dann schläfst dann in der Nacht legen die sich mit aufs Bett und es wird voll warm und die knuddeln alle alle Flauschige Hundi Wundis ja so sieht das nämlich aus so gut wir wollten Dreck holen oder Dreck war das ja Prinzip Dreck ist heute angesagt dann holen wir mal ein bisschen Dreck so ein Dreck hinein und ja ich denke wir haben ein bisschen was an der Hand Dreck an der Hand eh ok ja ne schon aber ihr wisst was ich meine gut das sollte erstmal reichen ich würde sagen wir gehen auch wieder hier lang weil wir einfach den Speed Buff des Todes mit uns nehmen können ja ok das tut es jetzt vielleicht nicht aber der ist schon ganz schön speedig der Buff ne hier wusch hier schön wupp 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 und wupp so da kommen wir auch schon ganz gut durch die Kante hätte ich jetzt fast gesagt durchs Gelände wäre glaube ich eher passend man kommt hier gut durchs Gelände damit so und ich glaube wir müssten auch nochmal unter der Ebene dann ausleuchten die wir hier gerade zu basteln ja doch schon hier ist ein kleines ja kleiner Springbrunnen kleiner Teich den wir uns da gebaut haben ähm genau wegen sowas da hätte ich ja einfach ganz gerne einfach ausgeleuchtet weil einfach 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 ist oder irgendwie so war der Spruch ich höre die Zombies die sind bestimmt hier drunter ne die Frage ist wo ich sehe schon gar nicht mehr wo wir hier überhaupt zugebaut haben da ist definitiv zugebaut ok ähm dann wird das wahrscheinlich hier an der Kante irgendwo sein aha so gucken wir mal hier unten dass wir da vielleicht noch ein bisschen ausleuchten zack zack einfach damit hier möglichst wenig spawnt ja was heißt da unten ist noch ganz viel Höhle aber ok ist jetzt auch egal tschak tschak so einfach dicht und gut ist dann können die hier machen was sie wollen und da machen wir nämlich noch den Teil hier zu damit die NPCs hier nicht wurstig wären oder hier noch in diese Grube reinfallen ja muss ja nicht sein äh die wollen das ja nicht wir wollen das nicht wir wollen ja dass die Lucky Villager hier in Lucky Town glücklich werden ha schön so und dann machen wir hier zu bam die bam die bam die du glücklich sein ist ja sowieso so eine Sache ne will jeder aber ist halt doch bleibt halt doch vielen Leuten verwehrt einfach weil sie es selber vielleicht auch nicht sein wollen so kommt es schon manchmal vor viele Leute wollen auch einfach nicht glücklich sein andere dürfen es nicht ne also weiß nicht das ist aber vielleicht auch bloß mein persönliches empfinden das will ich jetzt nicht ausschließen dass das vielleicht bei anderen anders ist aber ok gut ja ist ja auch nicht schlimm wir können ja weiter sein übers glücklich reden nein weiter übers glücklich sein reden so rum ähm und zwar in der nächsten Folge wenns wieder heißt Minecraft ja da sind wir glücklich wenn morgen schon die nächste Folge kommt ist ja der Wahnsinn so das macht mich glücklich Minecraft toll und in diesem Sinne würde ich einfach mal sagen bedanke ich mich bei euch fürs zuschauen und hoffe ihr seid auch morgen wieder dabei wie schon gesagt wenns wieder heißt Minecraft und bis dahin haut's rein und tschau tschau